Verrammelt die Türen, besorgt euch nen scharfen Hund oder holt euch nen Bodyguard, denn jetzt geht's erst richtig los. Die Wahnsinns-Truppe der Police Academy wird wieder auf die Menschheit losgelassen. Das wichtigste ist erstmal eine Vertrauensbasis aufzubauen, dann respektieren sie. Neue Fälle, dümmer als es die Polizei erlaubt, werden auf haarsträubende Weise gelöst. Erinnern Sie sich an Mahony? Ich kann's, Sir. Und von dem Zeug kann einem echt die Hand abfauen. Ein sehr hübscher Knüppchen. Tuckleberry. Müheimer, wollte ich sagen. Hightower. Hooks. Bewegen, Eierkopf. Jones. Captain Lazard. Und Kommandant Lazard. Fahren wir. Nach einem Jahr härteste Ausbildung. Jetzt aber Marsch in die Schule. Ich gehe, wenn ich Lust habe, ist das klar? Das wollen wir doch erstmal sehen, Mister. Werden Sie jetzt endlich auf die Menschheit losgelassen. Police Academy 2, jetzt geht's erst richtig los. Ob ihr wollt oder nicht, im Juni sind sie wieder da.